Das Handelsblatt Morning Briefing von Teresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 15. März 2023. Und das sind unsere Themen. Kein Geld für Startups, wie Gründer unter der SVB-Pleite leiden. Weniger Geld für alle, das Ende des früheren Wohlstands. Mehr Geld für Zalando, hohe Gebühren für Händler. Banken. Das heutige Morning Briefing hält einige wirtschaftswissenschaftliche Schmankerl für Sie bereit. Sind Sie gespannt? Lassen Sie uns loslegen. Es gibt ein Mantra, das als Grundlage der sicheren Geldanlage gilt. Bitte nicht alle Eier in einen Korb legen. Diversifizierung ist essentiell. Denn wenn ein Geldspeicher aus welchen Gründen auch immer ausfällt, steht man so immerhin nicht vor dem finanziellen Nichts. Diese Grundlage scheinen viele Startups in den USA allerdings vergessen zu haben. Denn für die Gründer galt die Silicon Valley Bank als Geldhaus Nr. Uno, dem sie ihr volles Vertrauen schenken. Nachdem die Bank in der vergangenen Woche in die Pleite rutschte, bangen viele amerikanische Startups jetzt um ihre Finanzmittel. Deutsche Startups hingegen scheinen cleverer gewesen zu sein und haben ihr Geld offenbar nicht alleine bei der SVB gepackt. Viele Gründer wurden von Investoren wohl regelrecht dazu gedrängt, ein Konto bei der Silicon Valley Bank zu eröffnen. Diese haben als Goldstandard gegolten, beschreibt ein Wagniskapitalgeber mit dem treffenden Namen Bernhard Gold den Nimbus der Bank in der Szene. Das ist besonders brisant, weil es wiederum Investoren waren, die den Zusammenbruch des Geldhauses mit verursachten. Auf Grundlage von Gerüchten über einen Bankrun haben einige Geldgeber ihren Startups in internen Nachrichten dazu geraten, sich an eben jenem Bankrun zu beteiligen und ihr Geld so schnell wie möglich abzuziehen. Volkswirte erkennen hier einen klassischen Fall der Spieltheorie. Eigentlich wäre es für alle Beteiligten besser, das Geld auf der Bank zu lassen. Doch wenn alle anderen ihre Konten leer räumen, sollte ich mein Konto auch leer räumen, um am Ende nicht als Verlierer dazustehen. Konjunktur. Die fetten Jahre sind vorbei. So lässt sich die Kernbotschaft des Ökonomen Charles Goodhart zusammenfassen. Goodhart weiß, wovon er spricht, schließlich hat er in seinen 86 Lebensjahren schon so einiges miterlebt. Etwa die Ölkrisen, das Platzen der Dotcom-Blase und die Weltfinanzkrise. Doch jetzt ist sich der Konjunkturexperte sicher, dass die Menschheit nie wieder so eine gute wirtschaftliche Zeit erleben wird, wie in den 1990er und Nullerjahren. Der ehemalige Notenbanker und Wirtschaftsprofessor schätzt, so viele positive Entwicklungen wie in diesem Zeitraum können nicht mehr zusammenkommen. Wenn es nach ihm geht, müssen wir uns zudem auf eine neue Ära der hohen Inflation einstellen, in der die neue Normalität der Preissteigerungen zwischen 3,5 und 4 Prozent liegt. Gleichzeitig würden die Menschen auch mehr Geld verdienen. Das sei kein Problem, solange gleichzeitig auch die Produktivität steigt. Mit anderen Worten, der Wert der Arbeit muss steigen, nicht nur ihr Preis. Sonst droht eine Lohnpreisspirale, der berüchtigte Teufelskreis aus Teuerung und steigenden Gehältern. Für die Portion Volkswirtschaft am Morgen empfehle ich Ihnen das Interview, das mein Berliner Kollege Julian Olk mit Guthard geführt hat. Versandhändler Für großen Unmut auf mehreren Ebenen sorgt derzeit Zalando. Denn der Online-Modehändler richtet seine Strategie neu aus. Weg vom rasanten Wachstum und hin zu mehr Profitabilität. Das führt nicht nur zu Entlassungen von Mitarbeitern und einem neuen Mindestbestellwert für Kunden, sondern auch zu neuen Gebühren für Händler. Laut einer neuen Richtlinie müssen die mehreren tausend externen Verkäufer von Kleidung, Schuhen und Accessoires in Zukunft bis zu 25 Prozent Provision an Zalando zahlen. Die neuen Preise dürften für viele Unternehmen den Verkauf über die Plattform unwirtschaftlich machen. Manche sehen sogar ihr Geschäftsmodell bedroht. Nach dem rasanten Wachstum während der Corona-Pandemie sahen die Zahlen bei Zalando zuletzt ernüchternd aus. Während die Kundenzahl weiter leicht wuchs, stagnierte der Umsatz. Doch vor allem das Nettoergebnis, die Summe aller Gewinne nach Abzug der Steuern, fiel ziemlich miserabel aus. Betriebswirte durchschauen schnell, dass hierfür vor allem hohe Kosten verantwortlich sein dürften. Bei Zalando in Form von gestiegenen Logistik-, Personal- und Marketingkosten. Um die auszugleichen, sollen die neuen Gebühren herhalten. Ob diese Rechnung am Ende aufgeht, ist allerdings fraglich. E.ON. Einer der mächtigsten Chefaufseher der deutschen Konzernlandschaft tritt ab. Sieben Jahre lang leitete Karl Ludwig Kley den Aufsichtsrat des Energieversorgers E.ON. Am Dienstagabend hat das Gremium seinen aktuellen Stellvertreter Erich Clementi als Nachfolger vorgeschlagen. Das Handelsblatt hat Kley zum Abschied aus seiner Position zur Zukunft der Energieversorgung befragt. Zwei Aussagen möchte ich aus diesem Interview gern herausgreifen. Erstens, Kley hält den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt für einen Fehler. Er sagt, bevor wir nun aus allen möglichen Flözen die Kohle zusammenkratzen, wäre es doch deutlich logischer, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Zweitens, um Stromtrassen zu bauen, müssten auch Enteignungen erlaubt sein. Kley sagt, wir haben bei unserer Netzgesellschaft Avacon infolge verschiedener Klagen elf Jahre gebraucht, bloß um eine schon bestehende Netzleitung zu erneuern. Von solchen Beispielen gibt es leider sehr viele. Das kann sich unser Land nicht erlauben. Künstliche Intelligenz Zum Abschluss gibt es noch Neuigkeiten zum Thema künstliche Intelligenz. Das US-Startup OpenAI hat die neueste Version seines Modells Chat-GPT vorgestellt. GPT-4 soll besser als sein Vorgängermodell Falschinformationen identifizieren und Leistungen auf menschlichem Niveau bei verschiedenen beruflichen und akademischen Herausforderungen erbringen. Für mich persönlich gibt es noch eine beunruhigende Nachricht. GPT-4 soll eloquent sein, könne mit Ironie und Witzen umgehen und Quellen zusammenfassen. Das mache generierte Texte kurzweilig und qualitativ hochwertiger. Klingt, als könnten wir Morning-Briefing-Autoren uns bald in den Vorruhestand verabschieden. Dann übernimmt an dieser Stelle GPT-4. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie sich nicht von einer Maschine bedroht fühlen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Mobilisierte Russen beschweren sich vermehrt über Zustände an der Front. In Videos von der Front erfahren die daheimgebliebenen Russen, was sich in der Ukraine wirklich abspielt. Das könnte für den Kreml noch zum Problem werden. Wir sind ständigen Angriffen ausgesetzt. Russische Desinformation, orchestrierte Proteste und wirtschaftliche Instabilität setzen die Regierung Moldaus unter Druck. Außenminister Popescu fordert Ausrüstung zur Luftraumverteidigung. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine.